Tobias Mindernickel von Thomas Mann Eine der Straßen, die von der Quaigasse aus ziemlich steil zur mittleren Stadt emporführen, heißt der Graue Weg. Etwa in der Mitte dieser Straße und rechter Hand, wenn man vom Flusse kommt, steht das Haus Nummer 47, ein schmales, trübfarbiges Gebäude, das sich durch nichts von seinen Nachbarn unterscheidet. In seinem Erdgeschoss befindet sich ein Krämerladen, in welchem man auch Gummischuhe und Rizinusöl erhalten kann. Geht man mit dem Durchblick auf einen Hofraum, in dem sich Katzen umhertreiben, über den Flur, so führt eine enge und ausgedrehtene Holztreppe, auf der es unaussprechlich dumpfig und ärmlich riecht, in die Etagen hinauf. Im ersten Stockwerk links wohnt ein Schreiner, rechts eine Hebamme. Im zweiten Stockwerk links wohnt ein Flickschuster, rechts eine Dame, welche laut zu singen beginnt, sobald sich Schritte auf der Treppe vernehmen lassen. Im dritten Stockwerk steht linker Hand die Wohnung leer, rechts wohnt ein Mann namens Mindernickel, der obendrein Tobias heißt. Von diesem Manne gibt es eine Geschichte, die erzählt werden soll, weil sie rätselhaft und über alle Begriffe schändlich ist. Das äußere Mindernickels ist auffallend, sonderbar und lächerlich. Sieht man beispielsweise, wenn er einen Spaziergang unternimmt, seine magere, auf einen Stock gestützte Gestalt sich die Straße hinauf bewegen, so ist er schwarz gekleidet, und zwar vom Kopf bis zu den Füßen. Er trägt einen altmodischen, geschweiften und rauen Zylinder, einen engen und altersblanken Gehrock und in gleichem Maße schäbige Beinkleider, die unten ausgefranst und so kurz sind, daß man den Gummyeinsatz der Stiefeletten sieht. Übrigens muß gesagt werden, daß diese Kleidung aufs Reinlichste gebürstet ist. Sein hagerer Hals erscheint um so länger, als er sich aus einem niedrigen Klappkragen erhebt. Das ergraute Haar ist glatt und tief in die Schläfen gestrichen, und der breite Rand des Zylinders beschattet ein rasiertes und fahles Gesicht mit eingefallenen Wangen, mit entzündeten Augen, die sich selten vom Boden erheben, und zwei tiefen Furchen, die grämlich von der Nase bis zu den abwärtsgezogenen Mundwinkeln laufen. Minderdicke verläßt selten das Haus, und das hat seinen Grund. Sobald er nämlich auf der Straße erscheint, laufen viele Kinder zusammen, ziehen ein gutes Stück Weg hinter ihm drein, lachen, höhnen, singen »Ho, ho, Tobias!« und zupfen ihn wohl am Rocke, während die Leute vor die Türen treten und sich amüsieren. Er selbst aber geht, ohne sich zu wehren und scheu um sich blickend, mit hochgezogenen Schultern und vorgestrecktem Kopfe davon, wie ein Mensch, der ohne Schirm durch einen Platzregen eilt, und obgleich man ihm ins Gesicht lacht, grüßt er hier und da mit einer demütigen Höflichkeit jemanden von den Leuten, die vor den Türen stehen. Später, wenn die Kinder zurückbleiben, wenn man ihn nicht mehr kennt und nur wenige sich nach ihm umsehen, ändert sich sein Benehmen nicht wesentlich. Er fährt fort, ängstlich um sich zu blicken und geduckt davon zu streben, als fühlte er tausend höhnische Blicke auf sich, und wenn er unschlüssig und scheu den Blick vom Boden erhebt, so bemerkt man das Sonderbare, da er nicht imstande ist, irgendeinem Menschen oder auch nur ein Ding mit Festigkeit und Ruhe ins Auge zu fassen. Es scheint, möge es fremdartig klingen, ihm die natürliche, sinnlich wahrnehmende Überlegenheit zu fehlen, mit der das Einzelwesen auf die Welt der Erscheinungen blickt. Er scheint sich einer jeden Erscheinung unterlegen zu fühlen, und seine haltlosen Augen müssen vor Mensch und Ding zu Boden kriechen. Was für eine Bewandtnis hat es mit diesem Manne, der stets allein ist und der in ungewöhnlichem Grade unglücklich zu sein scheint. Seine gewaltsam bürgerliche Kleidung sowie eine gewisse sorgfältige Bewegung der Hand über das Kinn scheint anzudeuten, daß er keineswegs zu der Bevölkerungsklasse gerechnet werden will, in deren Mitte er wohnt. Gott weiß, in welcher Weise ihm mitgespielt worden ist. Sein Gesicht sieht aus, als hätte ihm das Leben verächtlich lachend mit voller Faust hineingeschlagen. Übrigens ist es sehr möglich, daß er, ohne schwere Schicksalsschläge erlebt zu haben, einfach dem Dasein selbst nicht gewachsen ist. Und die leidende Unterlegenheit und Blödigkeit seiner Erscheinung macht den peinvollen Eindruck, als hätte die Natur ihm das Maß von Gleichgewicht, Kraft und Rückgrat versagt, das hinlänglich wäre, mit erhobenen Kopfe zu existieren. Hat er, gestützt auf seinen schwarzen Stock, einen Gang in die Stadt hinaufgemacht, so kehrt er im grauen Weg von den Kindern johlend empfangen in seine Wohnung zurück. Er begibt sich die dumpfige Treppe hinauf in sein Zimmer, das ärmlich und schmucklos ist. Nur die Kommode, ein solides Empyremöbel mit schweren Metallgriffen, ist von Wert und Schönheit. Vor dem Fenster, dessen Aussicht von der grauen Seitemauer des Nachbarhauses hoffnungslos abgeschnitten ist, steht ein Blumentopf, voll von Erde, in der jedoch durchaus nichts wächst. Gleichwohl tritt Tobias Mindernickel zu weinen dorthin, betrachtet den Blumentopf und riecht an der bloßen Erde. Neben dieser Stube liegt eine kleine, dunkle Schlafkammer. Nachdem er eingetreten, legt Tobias Zylinder und Stock auf den Tisch, setzt sich auf das grün überzogene Sofa, das nach Staub riecht, stützt das Kinn in die Hand und blickt mit erhobenen Augenbrauen vor sich nieder zu Boden. Es scheint, dass es für ihn auf Erden nichts weiter zu tun gibt. Was Mindernickels Charakter betrifft, so ist es sehr schwer, darüber zu urteilen. Der folgende Vorfall scheint zugunsten desselben zu sprechen. Als der sonderbare Mann eines Tages das Haus verließ und wie gewöhnlich eine Schar von Kindern sich einfand, die ihn mit Spottrufen und Gelächter verfolgten, strauchelte ein Junge von etwa zehn Jahren über den Fuß eines anderen und schlug so heftig auf das Pflaster, dass ihm was Blut aus der Nase und von der Stirne lief und er weinend liegen blieb. Alsbald wandte Tobias sich um, eilte auf den Gestürzten zu, beugte sich über ihn und begann mit milder und bebender Stimme, ihn zu bemitleiden. »Du armes Kind«, sagte er, »hast du dir wehgetan? Du blutest. Seht, das Blut läuft ihm von der Stirn herunter.« »Ja, ja, wie elend du nun da liegst! Freilich, es tut so weh, dass es weint, das arme Kind. Welch Erbarmen ich mit dir habe!« »Es war deine Schuld, aber ich will dir mein Taschentuch um den Kopf binden.« »So, so, nun fasse dich nur, nun erhebe dich nur wieder.« Und nachdem er mit diesen Worten dem Jungen in der Tat sein eigenes Schnupftuch umgewunden hatte, stellte er ihn mit Sorgfalt auf die Füße und ging davon. Seine Haltung und sein Gesicht aber zeigten in diesem Augenblicke einen entschieden anderen Ausdruck als gewöhnlich. Er schritt fest und aufrecht, und seine Brust atmete tief unter dem engen Girock. Seine Augen hatten sich vergrößert. Sie hatten Glanz erhalten und faßten mit Sicherheit Menschen und Dinge, während um seinen Mund ein Zug von schmerzlichem Glück lag. Dieser Vorfall hatte zur Folge, dass sich die Spottlust der Leute vom grauen Wege zunächst ein wenig verminderte. Nach Verlauf einer Zeit jedoch war sein überraschendes Betragen vergessen, und eine Menge von gesunden, wohlgemuten und grausamen Gehlen sang wieder hinter dem geduckten und haltlosen Manne drein. Eines sonnigen Vormittags um elf Uhr verließ Mindernickel das Haus und begab sich durch die ganze Stadt hinauf zum Lerchenberge, jenem langgestreckten Hügel, der um die Nachmittagsstunden die vornehmste Promenade der Stadt bildet, der aber bei dem ausgezeichneten Frühlingswetter, welches herrschte, auch um diese Zeit bereits von einigen Wagen und Fußgängern besucht war. Unter einem Baum der großen Hauptallee stand ein Mann mit einem jungen Jagdhund an der Leine, den er den Vorübergehenden mit der ersichtlichen Absicht zeigte, ihn zu verkaufen. Es war ein kleines, gelbes und muskulöses Tier von etwa vier Monaten mit einem schwarzen Augenring und einem schwarzen Ohr. Als Tobias dies aus einer Entfernung von zehn Schritten bemerkte, blieb er stehen, strich mehrere Male mit der Hand über das Kinn und blickte nachdenklich auf den Verkäufer und auf das Erlehrt mit dem Schwanze wedelnde Hündchen. Hierauf begann er aufs Neue zu gehen, umkreiste, die Krücke seines Stockes gegen den Mund gedrückt, dreimal den Baum, an welchem der Mann lehnte, traf dann auf den Letzteren zu und sagte, während er unverwandt das Tier im Auge behielt mit leiser und hastiger Stimme, »Was kostet dieser Hund?« »Zehn Mark«, antwortete der Mann. Tobias schwieg einen Augenblick und wiederholte dann unschlüssig, »Zehn Mark?« »Ja«, sagte der Mann. Da zog Tobias eine schwarze Lederbörse aus der Tasche, entnahm derselben einen Fünf-Mark-Schein, ein Drei- und ein Zwei-Mark-Stück, händigte rasch dieses Geld dem Verkäufer ein, er griff die Leine und zerrte eilig, gebückt und scheu um sich blickend, da einige Leute den Kauf beobachtet hatten und lachten, das quiekende und sich sträubende Tier hinter sich her. Es wehrte sich während der Dauer des ganzen Weges, stemmte die Vorderbeine gegen den Boden und blickte ängstlich fragend zu seinem neuen Herrn empor, er jedoch zerrte schweigend und mit Energie und gelangte glücklich durch die Stadt hinunter. Unter der Straßenjugend des grauen Weges entstand ein ungeheurer Lärm, als Tobias mit dem Hunde erschien. Aber er nahm ihn auf den Arm, beugte sich über ihn und eilte verhöhnt und am Rocke gezupft durch die Spottrufe und das Gelächter hindurch, die Treppen hinauf und in sein Zimmer. Hier setzte er den Hund, der beständig winselte, auf den Boden, streichelte ihn mit Wohlwollen und sagte herablassend, »Nun, nun, du brauchst dich nicht vor mir zu fürchten, du Tier, das ist nicht nötig!« Hierauf entnahm er einer Kommodenschieblade einen Teller mit gekochtem Fleisch und Kartoffeln und warf dem Tiere einen Anteil davon zu, worauf es seine Klagelaute einstellte und schmatzend und wedelnd das Mahl verzerrte. »Übrigens sollst du Esau heißen«, sagte Tobias, »verstehst du mich? Esau! Du kannst den einfachen Klang sehr wohl behalten!« Und indem er vor sich auf den Boden zeigte, rief er befehlend, »Esau!« Der Hund, in der Erwartung vielleicht noch mehr zu essen zu erhalten, kam in der Tat herbei und Tobias klopfte ihm beifällig auf die Seite, indem er sagte, »So ist es recht, mein Freund, ich darf dich loben!« Dann trat er ein paar Schritte zurück, wies auf den Boden und befahl aufs Neue. »Esau!« Das Tier, das ganz munter geworden war, sprang wiederum herzu und leckte den Stiefel seines Herrn. Diese Übung wiederholte Tobias mit unermüdlicher Freude am Befehl und dessen Ausführung wohl zwölf bis vierzehn Mal. Endlich jedoch schien der Hund ermüdet. Er schien Lust zu haben, zu ruhen und zu verdauen und legte sich in der anmutigen und klugen Pose der Jagdhunde auf den Boden, beide langen und feingebauten Vorderbeine dicht nebeneinander ausgestreckt. »Noch einmal«, sagte Tobias, »Esau!« Aber Esau wandte den Kopf zur Seite und verharrte am Platze. »Esau«, rief Tobias mit herrisch erhobener Stimme, »du hast zu kommen, auch wenn du müde bist!« Aber Esau legte den Kopf auf die Poten und kam durchaus nicht. »Höre«, sagte Tobias, und sein Ton war voll von leiser und furchtbarer Drohung. »Gehorche! Oder du wirst erfahren, daß es nicht klug ist, mich zu reizen!« Allein das Tier bewegte kaum ein wenig seinen Schwanz. Da packte den Mindernickel ein maßloser, ein unverhältnismäßiger und toller Zorn. Er ergriff seinen schwarzen Stock, hob Esau vom Nackenfell empor und hieb auf das schreiende Tierchen ein, indem er außer sich vor entrüsteter Wut und mit schrecklich zischender Stimme einmal über das andere wiederholte. »Wie, du gehorchst nicht? Du wagst es mir nicht zu gehorchen!« Endlich warf er den Stock beiseite, setzte den winselnden Hund auf den Boden und begann tief atmend und die Hände auf dem Rücken mit langen Schritten vor ihm auf- und abzuschreiten, während er dann und wann einen stolzen und zornigen Blick auf Esau warf. Nachdem er diese Promenade eine Zeitlang fortgesetzt hatte, blieb er bei dem Tiere stehen, das auf dem Rücken lag und die Vorderbeine flehend bewegte, verschränkte die Arme auf der Brust und sprach mit dem entsetzlich kalten und harten Blick und Ton, mit dem Napoleon vor die Kompanie hindrat, die in der Schlacht ihren Adler verloren, »Wie hast du dich betragen, wenn ich dich fragen darf?« Und der Hund, glücklich bereits über diese Annäherung, kroch noch näher herbei, schmiegte sich gegen das Bein des Herrn und blickte mit seinen blanken Augen bittend zu ihnen empor. Während einer guten Weile betrachtete Tobias das demütige Wesen schweigend und von oben herab. Dann jedoch, als er die rührende Wärme des Körpers an seinem Bein verspürte, hob er Esau zu sich empor. »Nun, ich will Erbarme mit dir haben«, sagte er. Als aber das gute Tier begann, ihm das Gesicht zu lecken, schlug plötzlich seine Stimmung völlig in Rührung und Wehmut um. Er preßte den Hund mit schmerzlicher Liebe an sich, seine Augen füllten sich mit Tränen und ohne den Satz zu vollenden, wiederholte er mehrere Male mit erstickter Stimme, »Sieh, du bist ja mein Einziger, mein Einziger!« Dann bettete er Esau mit Sorgfalt auf das Sofa, setzte sich neben ihn, stützte das Kinn in die Hand und sah ihn mit milden und stillen Augen an. Tobias Mindernickel verließ nunmehr das Haus noch seltener als früher, denn er verspürte keine Neigung, sich mit Esau in der Öffentlichkeit zu zeigen. Seine ganze Aufmerksamkeit aber widmete er dem Hunde. Ja, er beschäftigte sich vom Morgen bis zum Abend mit nichts anderem, als ihn zu füttern, ihm die Augen auszuwischen, ihm Befehle zu erteilen, ihn zu schelten und aufs Menschlichste mit ihm zu reden. Allein die Sache war die, daß Esau sich nicht immer zu seinem Wohlgefallen betrug. Wenn er neben ihm auf dem Sofa lag und ihn, schläfrig vor Mangel an Luft und Freiheit, mit melancholischen Augen ansah, so war Tobias voll Zufriedenheit. Er saß in stiller und selbstgefälliger Haltung da und streichelte mitleidig Esaus' Rücken, indem er sagte, »Siehst du mich schmerzlich an, mein armer Freund? Ja, ja, die Welt ist traurig, das erfährst auch du, so jung du bist.« Wenn aber das Tier, blind und toll vor Spiel und Jagdtrieb, im Zimmer umherfuhr, sich mit einem Pantoffel balgte, auf die Stühle sprang und sich mit ungeheurer Munterkeit überkugelte, so verfolgte Tobias seine Bewegung aus der Entfernung mit einem ratlosen, mißgünstigen und unsicheren Blick und einem Lächeln, das häßlich und ärgervoll war, bis er es endlich in unwirschem Tone zu sich rief und es anherrschte. »Lass nun den Übermut! Es liegt kein Grund vor, um herzutanzen!« Einmal geschah es sogar, daß Esau aus der Stube entwüchte und die Treppen hinunter auf die Straße sprang, wo selbst er alsbald begann, eine Katze zu jagen, Pferdekot zu fressen und sich überglücklich mit den Kindern umherzutreiben. Als aber Tobias unter dem Applaus und Gelächter der halben Straße mit schmerzlich verzogenem Gesichte erschien, geschah das Traurige, daß der Hund in langen Sätzen vor seinem Herrn davonlief. An diesen Tagen prügelte Tobias ihn lange und mit Erbitterung. Eines Tages, der Hund gehörte ihm bereits seit einigen Wochen, nahm Tobias, um Esau zu füttern, einen Brotleib aus der kommoden Schieblade und begann mit dem großen Messer mit Knochengriff, dessen er sich hierbei zu bedienen pflegte, in gebückter Haltung kleine Stücke abzuschneiden und auf den Boden fallen zu lassen. Das Tier aber, unsinnig vor Appetit und Albernheit, sprang blindlings herzu, rannte sich das ungeschickt gehaltene Messer unter das rechte Schulterblatt und wand sich blutend am Boden. Erschrocken warf Tobias alles beiseite und beugte sich über den Verwundeten. Plötzlich jedoch veränderte sich der Ausdruck seines Gesichtes. Und es ist wahr, daß ein Schimmer von Erleichterung und Glück darüber hinging. Behutsam trug er den wimmernden Hund auf das Sofa und niemand vermag auszudenken, mit welcher Hingebung er den Kranken zu pflegen begann. Er wich während des Tages nicht von ihm, er ließ ihn zur Nacht auf seinem eigenen Lager schlafen, er wusch und verband ihn, streichelte, tröstete und bemitleidete ihn mit unermüdlicher Freude und Sorgfalt. »Schmerzt es sehr?« sagte er. »Ja, ja, du leidest bitterlich, mein armes Tier. Sein Gesicht war ruhig, wehmütig und glücklich bei solchen Worten. In dem Grade jedoch, in welchem Esau zu Kräften kam, fröhlicher wurde und genas, ward das Benehmen des Tobias unruhiger und unzufriedener. Er befand es nunmehr für gut, sich nicht mehr um die Wunde zu bekümmern, sondern lediglich durch Worte und Streicheln dem Hunde sein Erbarmen zu zeigen. Allein die Heilung war weit fortgeschritten. Esau besaß eine gute Natur, er begann bereits wieder, sich im Zimmer umher zu bewegen, und eines Tages, nachdem er einen Teller mit Milch und Weißbrot leer geschlappt hatte, sprang er völlig gesundet vom Sofa herunter, um mit freudigem Geplaff und der alten Unbändigkeit durch die beiden Stuben zu fahren, an der Bettdecke zu zerren, eine Kartoffel vor sich her zu jagen und sich vor Lust zu überkugeln. Tobias stand am Fenster, am Blumentopfe und während eine seiner Hände, die lang und mager aus dem ausgefransten Ärmel hervorsah, mechanisch an dem tief in die Schläfen gestrichenen Haare drehte, hob seine Gestalt sich schwarz und sonderbar von der grauen Mauer des Nachbarhauses ab. Sein Gesicht war bleich und gramverzerrt, und mit einem schälen, verlegenen, neidischen und bösen Blick verfolgte er unbeweglich durch Esaus Sprünge. Plötzlich jedoch raffte er sich auf, schritt auf ihn zu, hielt ihn an und nahm ihn langsam in seine Arme. »Mein armes Tier!« begann er mit wehleidiger Stimme. Aber Esau, ausgelassen und gar nicht geneigt, sich ferner in dieser Weise behandeln zu lassen, schnappte munter nach der Hand, die ihn streichen wollte, entwand sich den Armen, sprang zu Boden, machte einen neckischen Seitensatz, blaffte auf und rannte fröhlich davon. Was nun geschah, war etwas so Unverständliches und Infames, daß ich mich weigere, es ausführlich zu erzählen. Tobias Mindernickel stand mit am Leibe herunterhängenden Armen ein wenig vorgebeugt, seine Lippen waren zusammengepreßt und seine Augäpfel zitterten unheimlich in ihren Höhlen. Und dann, plötzlich, mit einer Art von irrsinnigem Sprunge, hatte er das Tier ergriffen. Ein großer, blanker Gegenstand blitzte in seiner Hand und mit einem Schnitt, der von der rechten Schulter bis tief in die Brust lief, stürzte der Hund zu Boden. Er gab keinen Laut von sich, er fiel einfach auf die Seite, blutend und bebend. Im nächsten Augenblicke lag er auf dem Sofa und Tobias kniete vor ihm, drückte ein Tuch auf die Wunde und stammelte. Mein armes Tier, wie traurig alles ist, wie traurig wir beide sind, leidest du? Ja, ja, ich weiß, du leidest. Wie kläglich du da vor mir liegst! Aber ich, ich bin bei dir. Ich tröste dich. Ich werde mein bestes Taschentuch. Allein Esau lag da und röchelte. Seine getrübten und fragenden Augen waren voll Verständnislosigkeit, Unschuld und Klage auf seinen Herrn gerichtet. Und dann streckte er ein wenig seine Beine und starb. Tobias aber verharrte unbeweglich in seiner Stellung. Er hatte das Gesicht auf Esaus Körper gelegt und weinte bitterlich. Er hat er seit Jesus gewollt. Er hat er ein wenig bei dir, så muss ich die Zeit wir können das Er hat er